Die zwei, ich zieh sie, versuchst du wieder in die... Hallo? Erstmal freundlich, mal die Leute begrüßt. Erstmal mit Rede probieren. Tja Freunde, nicht mit uns. Das magische Dreieck. Ah, da kommen wieder welche? Die drei Fragezeichen. Lass sie kommen. Wir spielen mit ihnen. Ich sehe es kommen, jetzt haben wir so große Fresse und nachher kriegen wir voll aufs Maul. Ja, wahrscheinlich beim Boss gleich. Kommt da der erste Boss? Ich denke mal der Golem, ne? Kommt der jetzt schon? Ah ja, wir müssen den Tor aufkriegen. Habe ich erinnert, dass der Golem jetzt schon auftaucht? Soll ich mich mal ausstatteln? Bisher läuft doch alles gut. Bisher läuft es ja. Wir sind ja nicht übermütig, wir machen das ja ganz strukturiert. Okay. Auf geht's, Duril. Auf geht's, Duril. Erstmal winke, erstmal winke. Völlig komische Geste. Achtung, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg, da kommt er. Oh mein Gott. Leute, jetzt sind wir vier. Jetzt sind wir vier in der Angel. Schaffen wir. Sicher? Ja. Die ersten zwei sind ekelhaft. Die sind gar nicht gekommen. Ne, sah nur so aus. Die nur gedroht. Große Klappe, nächster hin. Ahaha. Ne, 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 ne. Dann win holema. Die da. Die zwei im Lager. Achtung. Zurücklaufe, zurücklaufe, zurücklaufe. Gut läuft, das läuft. Oh ne, die laufen nicht, die sollen mal dichter beieinanderlaufen, dann würde ich auch beide gleich kriegen. Oh yes. Voll zwischendurch, voll zwischendurch geschlagen. Sorry Freunde. Kein Problem. Ich bin gespannt, wenn wir nicht mal wieder neue Ohrringe bekommen. Ach komm, bitte. Jetzt kannst du dich bitte auf die Ohrringe. Das ist das Highlight. Ich brauch neue Ohrringe. Ohrringe! Ich brauch jetzt zwei neue Ringe, hallo? Das hat Priorität. Leute, das Wichtigste ist, dass wir lebend aus der Instanz wieder rauskommen. Ja, das ist richtig. Wie läuft das ab, wenn wir hier sterben? Ja, ich kann ja wiederbeleben. Wenn du stirbst. Ach so, ja wir haben ja auch so einen Schutzzauber. Das bedeutet? Dass wir sofort wiederbelebt werden, wenn wir sterben. Einmal. Okay. Hey Leute, es ist ganz einfach, wir sterben einfach nicht. Okay. Ich gehe dann mit Chloroform? Ja, Chloroform. Genau, Chloroform, ja. Komm her! Ich spüre das durilische Schwert. Das durilianische Schwert. Passt besser wie durilisch. Durilisch. Durilisch hört sich schon ein bisschen kranker. Komisch, dass die immer so in Zweierperlen unterwegs sind, gell? Ja, das macht es ein bisschen einfacher für uns. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber auch nur, weil wir drüber nachdenken und nicht einfach neinstürmen die ganze Zeit. Vielleicht ist auch hier so Partnerbörse. Ich rauf mal her. Hehehe Sing. Singletreffen. Blind dates. Von mir räumen hier übelstuf, boll alle nur. So komm, mit der Waffe-Kiste sind wir doch schon fertig, oder? Ja, ja. Ja, ja, da müssen wir auch nichts mehr machen. Vielleicht können wir die angreifen. Ne, lassen wir die grad stehen. Tank vorwärts Schloch wieder voll ins Leere kau, oder? Wie das aussieht, ey. Du musst sie provozieren. Du musst ihnen erst das Gefühl geben, dass du nichts kannst und dann haust sie weg. Aua! Weisch, ich schüchter die immer ein, wenn ich ins Leere hau. Ich habe so viel Scheiße mittlerweile im Inventar, das ist fast voll. Oh, ich habe ein Medaillon. Oh, ich habe jetzt gerade Axt gekriegt. Ich ziehe jetzt mal einfach so einen Scheißmann an. Schlammläufer. Ab und zu müssen wir uns auch mal wieder ausstatten, ne Freunde. Versteht ihr ja hoffentlich alles. Sternenkaskade, kann ich das doch nicht irgendwie? Ah ne, das ist ja das Medaillon, Scheiß. Für Stufe 20 oder höher? Mach ich besser wie das. Nehm's, dann nehm's einfach. Ja, ich bin fertig. Gut. Ah, ich habe auch nochmal was. Sashir, kannst du mich nochmal mit dem MP-Zauber ausrüsten bitte? Mit dem was? MP-Zauber, also das Mana-Ding bei mir. Achso. Ah, okay. Das ist der Erste. Das hilft doch nur im Kampf viel. Ja, das bringt nur 300 Mana. Ja, weil mir zieht es halt immer ab, wenn ich nicht kämpfe. Oh. Ja, ich versuch's öfter zu machen. Oha. Freunde, die Person hier ist allein. Terra-Aniak. Müssen wir die töten? Ich vermute. Probieren wir's einfach. Nachkommengebieterin. Stufe 20, Leute, sag mal. Na ja. Schekina gerade. Alle bereit? Die Basiliske war auch Stufe 20. Verdammt. Ja. Warte, 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 lass uns mal mit Bedacht vorgehen. Also der Raum ist groß, es kann sein, dass irgendwas reinkommt. Ja, der Golem. Ich hab Angst. Ich glaub das war die, die mit dem Golem geredet hat. Okay, kann sein, wenn die tot ist, dass der Golem kommt. Das, das sieht wie so ne Arena aus irgendwie. Naja. Von oben springen, der Rona. Ja, das ist nett. Au. Deutsch aber echt fast oben. Leute, die Anspannung steigt. Tetra-Aniak. Treffe deine Meister. Oh. Oh. Ja, verdammten Höllenhunde. Verdammten Höllenhunde. Oh, wie's denn hier da liegt. Oh. Jungs, bei mir hängt's grad. Nein. Verteidig, Mikandia. Ich hab die Akku. auf mir. Ich hab die Akku auf mir. Ja, Mikandia ist bewegungslos. Ich hab ein schwarzer Bindschirm. Verdammt. Wenn sie, wenn sie, wenn sie grad im Griff, wenn sie grad im Griff. Ah, jetzt bin ich wieder da. Eins, der Seelenbrecher nähert sich. Was? Oh. Alter. Fuck. Der Golem, Freunde, der Golem. Ich brauch Mana. Okay, jetzt brauchen wir Taktik. Kommt der kleine Kampf. Ich geh, ich geh, ich geh drauf. Ich greife ihn an. Go, go. Go for it. Er liegt, er liegt, er liegt. Er liegt, er liegt. Ich lass, er liegt. So sieht's aus. Ich lass einfach die ganze Zeit druck. Ich lass die ganze Zeit druck. Woah, Mikandia. Mikandia war so. Geh, 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 geh. Ah, die geht zurück. Heil Mikandia, Heil Mikandia. Woah, fetzt der Nein. Fuck. Woah, shit. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Ich hab auch da. Auch mir. Das ist hier, geh weg, geh weg. Mach's im Kreis. Oh, fuck. Was bringt's. Oh mein Gott. Oh Gott. Handleihung, Handleihung. Alter, was ist los? Ich kann nix machen. Was machen wir? Heal mich bitte kurz. Oh, du bist dich selber healer. Scheiße. Shit. Ich belebe mich sofort wieder. Fuck. Letzte Stufel kaputt. Ich bin tot. Sofort wieder belebe, oder? Ja. Schon wieder tot, ey. Wir müssen uns bisschen fernhalten. Fuck. Ja, jetzt bin ich. Jetzt bin ich kaputt, klar. Scheiße, scheiße. Ja. Saschia, bist du wieder da? Gleich. Fuck. Ich bin wieder da, ja. Wir brauchen Taktik. Wenn der hoch springt, ausweiche. Bleibt mal zusammen, weil wenn ihr dauernd getrennt seid, ist es schwer, euch weiter zu halten. Aber wie kann der, muss ein bisschen weiter weg bleiben von ihm. Und? Jetzt, wenn er liegt, wenn er liegt, kann ich heele. Immer versuche, wenn er liegt, zu heele, okay? Er springt, er springt. Shit. Saschia, fuck. Aber wir kriegen immer auch Aggro von uns. Einfach reinhauen, was geht. Ja. Problem ist, ich kann die Ränder, wenn ich im Kampfmodus bin. Brauche ich mal ewig bis hier. Boah, das war knapp, ey. Brauche ich wieder ewig bis bei dem Bild. Ach du, er springt wieder, er springt wieder. Immer versuche es, Schlangelinie zu laufen. Der Trick auf dem Scheiß-Dinger ausweiche, wenn er hoch springt. Ja. Am besten immer in Bewegung bleiben, wenn es geht. Boah. Und die Rundenkreise. Fuck. Deine Rundenreise ausweiche. Deine Rundenreise ausweiche. Ja, genau. Oh, so ein Sack, ey. Renn weg, renn weg, renn weg. Wenn er das Schild hat, macht man kaum schade, gell? Sack. Oh, Freunde, dranbleibe, dranbleibe. Ey, immer wenn ich versuche, was zu machen. Lauf weg, lauf weg. Ich versuche die ganze Zeit zu beschäftigen, aber er springt die ganze Zeit weg. Boah, Mann. Ich habe ein Problem. Was los? Terra hat sich geschlossen. Nein. Nein. Ey, das gibt's doch nicht. Mika an dir. Und ganz jetzt? Ja, Terra hat Zugang ja bei mir. Es gab irgendwie ein Problem. Tatsächlich offline. Ich komme gleich wieder. Hiel mich, hiel mich verschieren. Ja. Oh fuck, fuck, fuck. Oh, danke. Wir packen dann. Oh, Mann. Wir packen dann. Ich bin zwei, ich glaub's nicht. Bleib dran, bleib dran. Hiel mich einfach durch. Ja. Nein. Er springt nicht. Ey, wo ist er? Ich seh nicht. Er ist gerade irgendwo in so Kischt rumgesprungen. Was? Das Startspiel wird echt. Warum? Warum hat es mich da rausgekommen? Ich weiß nicht. Bleib dran, bleib dran. Wir halten durch, wir halten durch. Wir hennen, wir hennen, wir hennen. Wir hennen gleich. Wir hennen gleich. Ruff, ruff. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Wir hennen, wir hennen. Ey, weh, der zählt halt für mich jetzt, ne? Ey, dann kutsch ich ja. Ich komm schon nicht so gut. Ja, ich komm nicht ins Spiel rein. Ach, du komm schon nicht rein. Heil mich, heil mich, er ist gleich tot. Fuck. Bleib halt hin. Ich komm hier nicht raus. Wir hennen, wir hennen. Fuck. Ich komm nicht ins Spiel rein, Leute. Hä, was ist jetzt? Was ist denn los bei dir, Mikann? Ja. Ja, jetzt startet das Spiel wieder. Jetzt ist es aber zu spät. Scheißdreck. Du bist in der Grube, du bist in der Grube. Ja, vielleicht zählt's. Warte, warte, warte. Freunde, was für ein Kampf war das denn bitte? Ich bin völlig nass geschwitzt hier. Ich weiß jetzt nicht, was ich gerade alles... Warte, wir heben nix auf, oder? Nee. Wartet mal, bis ich wieder da... Ey, aber warum haut's mich aus dem Spiel raus? Ich weiß nicht. Ich schmiede im Bosskampf für einen Scheiß. Das sind die Eden des März. Aber wir sammeln nix auf, bis du wieder da bist. Wir warten. Also jetzt komm ich wieder. Wir können trotzdem stolz auf uns sein, Freunde. Was für ein Kampf. Wow. Mir geht der Part schon. Das spielt keine Rolle. Das wird ein Special Part. Mir kann der erst da. Wo ist sie? Ich muss sie gleich heilen. Da steht sie. Ach, sie ist aber relativ fit. Ich weiß nicht, wie man das sieht, dass man das... Ja, eigentlich hat sich ja jetzt nur das Tor geöffnet. Ja, aber jetzt können wir... Jetzt looten wir alles hier mal. Ja, da war doch auch irgendwie... Hä? Warte, hier, da hat's was. Würfel, würfel. Wie würfeln wir? Ja, das ist das... Würfel, Page Up? Du musst auf Escape. Was ist Page Up? Was ist Page Down? Ja, Page Up ist Würfeln und Page Down ist passen. Aber wie steht das? Ja, aber mir passen alle, das ist eh ein Bogen. Der, der, den Krieg, kriegt den halt, oder? Ja, dann würfeln halt alle. Ich hab gepasst. Oh, Duri hat gepasst. Ja, also... Dann nimmt einer von euch, ist kein Problem. Das heißt, hier ist verkommen. Ich verkaufe halt. Und... Ich hab auch gepasst. Ja, ist ja egal, das bringt uns... Was ist das? Basilisten amts? Amts. Kriegerzerstörer. Das ist was für dich, Duri. Also ich würfel, okay? Duri, das ist für dich. Ich würfel und ihr passt, oder wie sieht das dann aus? Ja. Ja. Alles klar. Glückwunsch. Schriftrolle der Wiederbelebung. Waschen hier? Hä? Hä? Die Zeit läuft jetzt trotzdem noch ab. Hat noch jemand nicht gewusst? Warte, warte. Ich pass. Sorry. Kein Problem. So. Hör mal ganz kurz. Hör mal jetzt alles? Hör mal jetzt alles? Oder liegt hier noch was rum? Da ist doch... Da ist doch irgendwas... Mh... Der Golem hatte doch... Ne Handschuhe zieh ich gleich mal an. Der Golem hatte doch, sag mal es, äh... Einen gelberen Ausrufezeichen, gell? Äh... Ja. Wie hieß die Quest? Ja, ich guck gerade was, ob jetzt irgendwas abgeschlossen ist, aber... Es ist bei mir nix abgeschlossen. Ne. Doch, bei mir ist eine abgeschlossen. Das ist, äh... Mitgliedernachteile. Mitgliedernachteile? Ja, da hab ich 14 von 14, aber die hab ich halt noch, ja. Ja. Ja, und sonst ist nix... Ja, das hat... Fehlbrecher? Du Reel. Neuaufrichtstattes. Sonst ist alles gleich, also du hast nix verpasst. Ich hoff mal. Ne, Herr Schnell, echt nicht. Ich glaub wir haben jetzt nur das Tor geöffnet, wirklich. Ja, nur das Tor ging auf und da können wir jetzt weiter. Das war praktisch nur... Okay. Praktisch war der nur notwendig, damit wir in der Instanz weiterkommen. Ey, ich war gerade ein bisschen panisch, ey. Ich bin zweimal gestorben. Ja, ich bin auch einmal gestorben. Ey, nochmal kann ich jetzt glaube ich nicht sterben. Ne, ne, ne. Ich bin auch einmal gestorben. Ich weiß nicht, was ich alles aktiviert hab. Stauber. Aber Leute, was für ein Kampf, was ich bin immer noch baff. Richtig geil. Echtig. Obwohl's mich rausklauber hat, ne? Ja, das ist... das macht so viel krasser. Amikandja, das ist einfach... da kann man nix machen. Tragisch aber wahr. Aber wir haben's trotzdem geschafft, das wichtigste Freunde. Victory! Duri! Aber noch sind wir nicht am Ziel, Freunde. Es geht weiter. Hatte zaubersten Effekt und sch... Guck mal, jetzt sieht der Duri cool aus. Jetzt sieht er nämlich nicht mehr so... wie... scheiße aus wie vorher. Ja, das ist dann halt besser, was dann. Das magische Dreieck. Auf dem Weg. Gibt's da hier nur noch irgendwas? Ne. Keine Ahnung. Ne, ne, ich glaub, hier ist jetzt nix mehr. Hier haben wir jetzt alles. Komm, wir gehen, bevor der Golem respawned. Das wär's. Müssen wir jetzt auch mal gegen Kämpfer. Boah, war das ein Fight, ey. Krass. Brudal. Aber wir müssen jetzt echt aufpassen, dass Sashia nämlich stirbt. Weil wenn einer von uns stirbt, ist halb so wild, weil sie können uns ja wiederbeleben. Aber das heißt, Sashia, du hältst dich aus dem Kampf überwiegend raus. Ja, ja, so wirst du. Ich hab gar keinen Kampfzauber gemacht. Okay. Aber auch, wenn du dich wehren, renn lieber immer weg. Es ist halt nur schwierig, weil ich muss beim Heile immer eure Figuren suchen und... Ja, klar. Dann guck ich immer panisch durch den Raum. Du musst sie euch immer anvisieren, gell? Ja. Okay. Ah, das sind die Kleinen wieder. Okay. Und dann müssen wir rechts die Tür, aber erst nehmen wir uns mal die Kleinen zur Brust. Nehmen sie einfach mal alle. Ja. Oder nein. Da. Die kannst du auch noch, Duril. Wo? Die sind überall grad. Ich lass grad einfach mal ein bisschen rein hier. Als hat mich tatsächlich so ein Giftzwerk umgeschmissen. Aber zum Glück nicht viel. So. Jetzt lass mal hier, weil... Ich glaub, die Instanz geht noch richtig, richtig lang. Ne, weil... Guck doch mal auf die Karte. Ich glaub, die Hälfte haben wir jetzt... Okay. Also, geh mal erst rechts. Ruhig Blut, Freunde. Genau, erst rechts rum. Ja, den anderen Weg haben wir schon. Es geht jetzt nur noch hier. Ne, ich mein, rechts vor der Tür halt die Gegner. Achso. War der rote Kreis grad von einem von euch? Ich glaub von Mikandia. War das Attacke von dir, Mikandia? Ich glaube, ja. Okay, gut. Würdest du die Feuerbombe oder wie? Ich war grad nur auf Schrocke, weil du bist so ein roter Kreis, komisch. Lagerfeuer kann ich immer gebrauchen. Jetzt kannst du von mir aus jetzt grad hinsetzen, dann mach ich noch ein paar Talismen rein. Warte mal? Erst die zwei noch erledigen, dann können wir kurz ins Lagerfeuer. Ja, das können wir ja währenddessen noch. Mir egal. Kann's jetzt g'schön. Schmeißt du's? Grillen! Komm, wir grillen ne Runde. Das L-A-G-E-R-F-E-U. Das ist auch gut für die Ausdauer, weil ich hab grad nur 6% Ausdauer. Ich hab 2%! Krass, Leute. Das ist wahrscheinlich, wenn wir gestorben sind. Oh, da kommen welche, da kommen welche. Okay, ich bin fertig. Wir tanken auch. Oh, die Ausdauer, die ladet ja voll langsam auf. Bei mir ist sie voll. Bei mir ist sie bei 9%, 10%? Oh, das geht ja ewig. Einmal gibt's einen Braut. Warte, ich hab auch noch einer, den ich am Lagerfeuer raushauen kann. Da ist jetzt nix passiert, oder? Irgendwas? Bestimmt. Ich hab halt einfach mal das rausgekauft, was ich drin hatte. Aber die, äh, Mikandja? Ja? Lady Ausdauer bei dir schnell auf. Ich bin grad bei 3, jetzt bei 25. Ey, ich bin aber erst bei 2 jetzt, das geht voll langsam. Ich bin bei 120 schon, keine Ahnung warum. Komisch. Naja, warte mal kurz. Genau. Das ist ja bei diesem Weg, den wir jetzt einschlagen, kein Problem, denn... Es läuft ja erstaunlich gut. Also ich hab gedacht, schwer ist es beim Golems immer dran, ehrlich gesagt. Schon. Weil ich hab schon schwarz gesehen. Wortwörtlich, dein Bildschirm war ja schwarz. Er war schwarz. Ich hab die Krise gekriegt. Jetzt glaub ich dir, ey, dass es grad da passiert, ist noch heftiger. Aber wir waren eigentlich recht gut, mit 30% hatte der Golem nur noch gehabt und dann, zack. Haut's mich raus aus dem Spiel. Aber zum Glück bist du wieder da und wir haben ihn geschafft. Und er hat nichts verpasst. Genau. Das wär noch schon okay. Aber Leute, wir machen das hier zu dritt. Das muss man immer noch bedenken. Die Instanz ist erst ab 5 Leuten, hab ich gedacht. Ist eigentlich so vorgesehen, ja. Also können wir schon mal jetzt stolz auf uns sein, egal was passiert. Und hier ein bisschen am Lager vorher chillen. Macht das Ganze ja noch stimmiger, wenn ihr mich fragt. Habt ihr eure Heiltränke eigentlich benutzt? Ich hab einmal einen Heiltränke getrunken. Ich auch nicht, weil ich hab die... Ich wollt's versuchen, aber... Ich hab die Tasche nicht schnell genug getrunken. Gell, da muss man F2 und so drücken und ist dann wieder weiter oben auf der Tastatur. Nee, nee, bei mir ist's auf der Null. Achso, okay. Null hab ich gar nicht. Ah doch, da. Rechts. Ganz rechts. Einmal, wo Mikant ja grad down war, hab ich kurz nen Trank genommen. Aber der hat gar nix brucht. Ich glaub, das sind auch mittlerweile so voll die schlechten Tränke. Ja, für unser Level jetzt glaub ich schon. Die haben wir ja ganz am Anfang gekriegt. Und was Leben retten kannst vielleicht noch grad. Natürlich. Im Notfall immer reingenehm. Egal wie. Ja. Das magische Dreieck am Lagerfeuer. Wahnsinn, Freunde. Das Lagerfeuer lädt. Ich baue mal ein bisschen Mana für dich auf. Sieht voll cool aus. Danke dir. Aber das Problem ist halt immer, solange ich nicht kämpfe, geht es immer automatisch, Runa. Ja, ja, deswegen baue ich dir jetzt bis los. Das ist irgendwie wie Adrenalin zu. Adrenalin? Ja, weil solange ich nicht in Aktion bin, geht es immer wieder zurück. Aber wenn ich im Kampf bin, geht es immer wieder hinzu. Ah, ja, ja. Da muss ich dauerhaft im Kampf sein. Der Duril ist fürs Kämpfe geboren. Ja, Kampfsau. Das hat schon mein Funklervater damals gesagt. Der Funklervater. Deine Kuhmutter. Die Kuhmutter. Was viele ja nicht wissen, ist, dass die Milka-Kuh im Duril seine Mutter ist. Oh. Neue Erkenntnis. Deswegen bist du auch lila, gell? Ich bin doch nicht lila. Nee. Ich bin... Schwarz. Schon ein bissl so, finde ich. Aber grün hinter den Ohren. Oh. 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 Mikandia. Hihi. Snap. Snap. Ich muss dir mal was sagen. Was? Deine Handschuhe sind richtig scheiße aus dem Kleid. Das geht gar nicht, gell? Burn. Die davor waren auch schlimm. Aber die toppe alles, ey. Gold und dann türkises Kleid. Was aber das ist echt furchtbar. Mikandia kann alles tragen. Das stimmt. Also 113% ausdauerts. Über 110. Jetzt gleich. Fangst du einfach auch, ohne uns Bescheid zu sagen. Da schlage ich erstmal daneben. Oh, die können rollen. Ich kann auch vorwärts rolle. Lebt ihr noch? Ja, ja. Wir waren gerade zu ruhig. Vielleicht sind sie ja down gegangen. Nee, nee. Das wärs jetzt. The Golem überleben, man. Dann gehen wir weiter nicht down. Geschichten, die das Leben schreibt. Gleich bin ich wieder bei voller Ausdauer. Familien im Brennpunkt. Das magische 3 im Brennpunkt. 120 Ausdauer. Der Arbeitslose, Arbeitslose. Ich.